einen wunderschönen guten tag hier aus baden baden und das thema von heute ist aus der themenreihe energiewende ende gelände und mein gast vielen bekannt franz alt ich grüße sie grüße aslan normalerweise sind wir in einem café ich muss feststellen sie haben einen wunderschönen wintergarten wunderschönen garten ist auch mit kaffee und der ist lecker garten das ist ihr thema im grünen im grünen was treibt sie an herald also thematisch treibt mich an wenn ich an die zukunft denke und die zukunft meiner kinder die energiewende das ist das große thema die energie die falsche energie die wir heute nutzen sie ist verantwortlich für viele katastrophen auf der welt einmal für den klimawandel zu zweit für große unfälle sie fukushima sie tschernobyl sie harrisburg in amerika vorher siehe chelyabinsk in der alten sowjetunion das alles waren atomunfälle also alle 10.000 jahre sollte einer passieren alle zehn jahre ist einer passiert so schnell vergeht die zeit die klassischen energieträger kohle gas und öl machen das klima kaputt sie haben schon deshalb keine zukunft und alle heutigen energieträger gehen zu ende ohne energie allerdings geht gar nichts deshalb muss man sich um erneuerbare friedliche nicht das klima schädliche ungefährliche kostengünstige energieträger für alle organisieren und das ist die sonne der wind die biomasse die erdwärme die wasserkraft und die gesamte palette der erneuerbaren energie wenn sie jetzt die frau merkel fragen würden oder den herrn röttgen die würden sagen wir machen das ja schon seit 15 jahren ich habe eine zuschauer frage bekommen aus anhalt bitterfeld derjenige der das geschrieben hat aber er arbeitet bei q cells und wir haben jetzt ein bisschen mitbekommen in den letzten jahren ist ein unternehmen nach dem anderen pleite gegangen woran liegt das das liegt einmal daran dass die politik hier wirklich falsche signale setzt also das erneuerbare energie gesetzt dass die energiewende positiv vorangetrieben hat in deutschland wird gerade kaputt gemacht von dieser schwarz gelben regierung das ist falsch ausgerechnet der wirtschaftsminister zerstört die photovoltaikbräuche kusalz ist ja nur einer der firmen die in vorder insolvenz stehen oder schon insolvent gegangen sind insofern muss ich sagen herr rössler denkt mehr an die wirtschaft und mehr an die zukunft und macht nicht die zukunftsfähigen wirtschaftsfirmen kaputt das ist nun mal die solarbranche das ist die wichtigste zukunftsindustrie überhaupt die wir brauchen wenn dieses deutschland zukunft haben soll insofern ist es falsch was die bundesregierung jetzt da macht mit der solarwirtschaft es wäre besser mit augenmaß eine kürzung der einspeisevergütung vorzunehmen als per kahlschlag aber ich gehe mal davon aus wenn ich überlege was der politische hintergrund ist den herr rössler und herr röttgen antreibt man hat der alten energiewirtschaft auf einmal acht atomkraftwerke weggenommen und die nächsten werden in den nächsten jahren geschlossen werden also brauchen sie einen ausgleich kohle und gas kraftwerke neue und die erneuerbaren sind ja so erfolgreich gewesen in den letzten jahren dass die alte energiewirtschaft befürchten musste dass sie gar keine geschäfte mehr machen also ein bisschen muss man sich noch päppeln also muss die solarenergie ausgebremst werden obwohl es die umweltfreundlichste zukunftsenergie überhaupt ist und die kostengünstigste aller zeiten weil die sonne keine rechnung schickt und deshalb hat man dieses erneuerbare energiegesetz ausgebremst das ist der einzige grund einen anderen rationalen grund kann ich mir nicht vorstellen man muss der alten energiewirtschaft diesen armen leuten bei rwe und er noch ein bisschen unter die arme greifen unterstützt also ich habe ja gesagt zuschauer der bei q sales arbeitet hat es stellt sich diese fragen warum gehen diese firmen kaputt sie erleben ja einige praktische gute beispiele wo etwas vorangeht können sie so zwei drei projekte nennen wo sie sagen das war in der letzten zeit etwas da konnte ich an der sache beiwohnen das hat zukunft ich sage mal ein kleines beispiel ganz kleines beispiel nach einem vortrag ich habe etwa 200 vorträge pro jahr weltweit kommt eine frau zu mir und sagt ich habe jetzt in vier jahren vier vorträge gehört von ihnen und jedes mal ist was passiert was denn da sagt sie nach dem ersten vortrag den ich von ihnen gehört habe kam bei uns eine photovoltaikanlage aufs dach nach dem zweiten vortrag kam ein pelletofen in den keller pelletofen also diese kleine holzstückchen erneuerbare energie nach dem dritten vortrag kamen sonnen kollektoren für solarwärme auf unser hausdach und nach dem vierten vortrag hat mein mann und ich gerade beschlossen wir kaufen ein kleineres auto es muss nicht so eine große kiste sein wie bisher das freut einen natürlich da sieht man man arbeitet nicht umsonst und ich spüre und weiß nach jedem meiner vorträge passieren solche geschichten eine etwas größere vielleicht spektakulärere geschichte ich habe 1992 als ich report abgegeben hatte und in der ard ein zukunftsmagazin gründete das buch geschrieben schilfgras statt atom also bioenergie statt atom das war die in den da wurden sie geteert und gefedert alle journalisten wirklich alle die ganze deutsche journal hier hat damals gesagt jetzt ist der alt völlig durchgedreht gras statt atom also ich meinte bioenergie aber das war symbolisch gemeint schilfgras bedeutet die schnellstwachsende pflanze der welt also eine sehr effiziente energiepflanze so ein atomkraftwerk das konnte sich ein typisch deutscher journalist gut vorstellen das ist viel power jetzt kommt da einer und sagt gras statt atom der muss eine meise haben zehn jahre später durfte ich das in norddeutschland das erste schilfgraskraftwerk in einer firma einweilen die 100 prozent von gas auf schilfgras umgestellt und jetzt vor vier wochen habe ich bei einem ganzen dorf mit dafür sorgen dürfen dass ein bio kraftwerk eingeweiht wurde das auf schilfgras basis beruht und mit schilfgras versorgt wird hoffenheim das ist der kleine ort der einzige ort in deutschland der es geschafft hat in der bundesliga zu spielen hoffenheim bei heidelberg und jetzt spielt hoffenheim in der schilfgras bundesliga und ein ganzer ort wird mit schilfgras per schilfgras mit wärme versorgt wenn die zuschauer jetzt wissen wollen wo sie da alle wo sie ihre vorträge halten was für projekte sie gut finden wo kann man das sehen also meine frau betreibt unsere internetseite sondern seite kommen jeden tag zehn zwölftausend zuschauer besucher zurzeit und auf dieser sonnenseite sonnenseite kommen im internet kann jeder sehen wo ich gerade meine vorträge halte morgen abend bin ich in gelsenkirchen vorgestern abend war ich in bayern am tag zuvor auch auch in bayern zu vorträgen also ich habe so rund 200 vorträge im jahr und wer da mich besuchen will ist herzlich eingeladen sonnenseite kommen dort finden sie meine termine wird bestimmt eingeblendet ich habe immer drei begriffe in jeder ausgabe und bitte immer um zwei oder drei assoziationen der erste begriff wäre gott urkraft urenergie gott ist energie ohne die urenergie oder die gar nichts laufen könnte alternativlosigkeit das ist das unwort des jahres es gibt immer alternativen die maggie thatcher und der ronald recken waren von diesem unwort geprägt der ist no alternative und das ist furchtbar es gibt immer alternativ man muss nur ein bisschen nachdenken dritter begriff sach zwänge wehe uns wenn uns die sachen zwängen also wir sollten über den sachen stehen der geist ist wichtiger als die materie der geist ist die urkraft ich glaube es gibt gar keine materie alles ist geist für mich ist geist ein anderes wort für gott sehr schön sehr schön nehmen wir an da sind einige menschen die hier zuschauen was ist so der tipp den sie jetzt jedem geben könnten was würden sie sich wünschen von den menschen also ich wünsche mir dass in diesem reichen deutschland nicht so viel gejammert wird sondern mehr angepackt wir haben so viele chancen in deutschland wir haben so viele möglichkeiten vieles intelligenter zu machen zukunftsfähiger zu machen als bisher also unsere eltern haben das ja nach 19 also meine eltern ihre urgroßeltern haben das ja mit in deutschland nach 1945 gar nicht so schlecht gemacht insgesamt wenn man absieht davon dass es den menschen in der ddr die in unfreiheit leben mussten und das ist ja inzwischen gott sei dank überwunden insgesamt leben wir ja in einem reichen land in einer reichen region gesegnet mit allen schätzen die man sich auf dieser welt wünschen kann aber trotzdem jammern wir auf hohem niveau mir wäre es lieber manchmal habe ich den eindruck wir deutschen wir haben so ein zweites gehirn eingebaut so eine art jammerlappen dabei hätten wir alle voraussetzungen vieles einfach intelligenter zu machen weniger jammern mehr tun die alternativen nicht die alternativlosigkeit sondern die alternativen mehr nutzen die sind da und wenn ich nochmal auf die energie zurückkommen darf im bereich energie ist das auch ökonomisch nicht nur ökologisch interessant die alternative die sonne schickt uns keine rechnung welch eine chance der wind schickt uns nie eine rechnung auf energieträger zu setzen die geschenke des himmels sind das ist himmlische energie die uns zur verfügung steht jede und jeder kann das nutzen wir müssen endlich machen und nicht nur reden dankeschön für dieses kraft paket ich werde es mitnehmen ich habe einen sehr energiegeladenen menschen kennengelernt der viel verändern möchte sind 73 ich hoffe sie machen so weiter man kann auch mit jungen mit mit grauen haaren jung denken dankeschön bitteschön auch ich wünsche ihnen gute zeit und viel erfolg dankeschön machen sie es gut mit diesen schönen wichtigen zukunftsthemen dankeschön ansonsten grüße ich all meine abonnenten und energiewende in der gelände geht weiter mit hans josef fell aber das nächste thema ist die kraft der satire und mein gast petra notdolny richtig aus switch bis zum nächsten 2 bill 2 Untertitelung des ZDF, 2020